So, wie kommt man über diese Brücke rüber ohne den Langhaken, äh ohne den Langhaken, das wird manchmal verlangt in verschiedenen Kategorien. Wenn ihr die Hoover Boots habt, ist es relativ einfach, dann macht ihr einfach einen Superslide mit zwei Bomben und zieht dann die Gleitstiefel an. So, und jetzt die Gleitstiefel an, ich kann eigentlich alles loslassen, ähm, wenn nicht, dann, auf jeden Fall komme ich jetzt rüber, ihr zieht jetzt die Gleitstiefel an, nachdem ihr den Superslide bekommen habt, und dann slidet ihr hier rüber. So, das ist die eine Möglichkeit, aber, wenn ihr, normalerweise habt ihr die Gleitstiefel nicht, dann müsst ihr leider den sehr präzisen Mega Backflip machen, der auf, da wo ungefähr mein Schwert ist, auf dieser, auf diesem Holzstück landet ihr dann auf einer ganz wenig pixelgroßen Kante, und dafür ist ein ganz genauer Winkel nötig, den ihr ganz genau einstellen müsst, und da gibt's zwei Möglichkeiten für. Also wenn ihr die Hoover Boots nicht habt, dann müsst ihr dieses Setup machen, gibt's verschiedene, das erste, was so rausgefunden wurde, ist folgendes, ihr wisst hier die Wand ungefähr an, ähm, Side-Top und Rolle, bis ihr in dieser Ecke stecken bleibt. Jetzt macht ihr, eins, zwei, drei, vier, fünf Side-Tops. Dann visiert ihr wieder an. Jetzt macht ihr drei neutrale Rollen, ohne den Stick anzufassen. Jetzt vier Side-Tops und eine Seitwärtsrolle. Zweimal beieinander, also vier Side-Tops, seitwärtsrolle, vier Side-Tops, jetzt ein Side-Tops, zwei Side-Tops, Side-Tops, gerade, Side-Tops, Back-Flip, Back-Flip. Jetzt habt ihr den genauen Winkel und Abstand. Was ihr jetzt machen müsst, ist ein Instant Shield Drop, das heißt, ihr drückt jetzt den Button von der Bombe, das ist bei mir zu rechts, und drückt sofort das Schild hinterher, tappt kurz das Schild an, dass die Bombe in Link runterfällt. So. Und jetzt macht ihr eine Rolle vorwärts und einen Back-Flip. Haltet das Schild vor euch und wartet auf das Frame, wo die Bombe groß und blau wird. Das hier. Genau dieses Frame wollt ihr haben, wo die Bombe groß und blau wird. Jetzt rollt ihr mit Schild und anvisiert, rollt ihr in die Bombe rein. Also wieder in, während ich drücke, wieder Start und während das Menü verschwindet, drücke ich schon A. Also die Inputs kann ich, während des Unpause-Lags kann ich die Inputs machen. So. Jetzt wartet ihr auf das Frame, ich drücke immer noch Schild und anvisieren. Jetzt wartet ihr auf das Frame, wo Link das Schild wieder vor sich hält. Noch eins. Und jetzt. Und jetzt. Oh, leck. So, das hier. Jetzt drückt ihr, wenn ihr das Frame habt und ihr habt wieder Schild und anvisiert, jetzt drückt ihr während der Pause nach hinten. Ihr haltet einfach nach hinten gedrückt und lasst jetzt, also Schild, anvisiert und nach hinten gedrückt halten. Und jetzt lasst ihr noch ein Frame weiterlaufen. Ein einziges Frame. So, für einen Frame mit nach hinten gedrückt. Und jetzt drückt ihr Start und während das Menü verschwindet, drückt ihr A für Springen. Und dann müsstet ihr einen Mega-Backflip machen, der genau auf diesem kleinen Pixel von der Brücke landet. So. That's it. Das Setup müsst ihr sehr genau machen, kein Zentimeter, nicht so aus Versehen zur Seite rutschen oder so, sonst ist der Winkel falsch. Guckt es euch am besten nochmal an, wie ich das Setup gemacht habe. Das war eins der ersten, die hier entwickelt wurden. Und dann landet ihr auf dieser kleinen Kante. Ihr müsst auch die Frames treffen, also das blaue Frame von der Bombe, das mit dem Schild und dann für einen Frame nach hinten drücken. Und nur dann landet ihr genau auf dieser Pixel-großen Kante. Eine andere Möglichkeit, zu dem Setup zu kommen, relativ neu, äh, zu dem Winkel zu kommen, ist von hier. Ihr visiert, ich bin jetzt hier vorne, ihr visiert diesen Boller hier an. Lauft hinter den, so schräg, macht einen Backflip, Seitwärtsrolle. Und jetzt drückt ihr nach vorne und A, um so gegenzuknallen. Upsala, schräg nochmal. Backflip, Rolle. So, gegenknallen. Jetzt seitwärtsalto. Und seitwärtsrolle, also ihr macht einen Seitwärtssprung, drückt A, dann macht Link eine schräge Rolle. Dabei lasst ihr Target los und drückt nochmal Target. Und nochmal. Jetzt zwei Backflips. Und ein Seitwärtssalto. Und jetzt macht ihr das gleiche, was ich vorhin gezeigt habe. Instant Shield Drop. Rolle nach vorne. Und Rückwärtssalto. Schild. Und jetzt das große blaue Frame. Rolle im großen blauen Frame mit Schild. Jetzt das Frame, wo Link das Schild vor sich hält. Noch eins. Ein Frame nach hinten drücken. Und jetzt weiter nach hinten drücken. Schild anvisieren. Und jetzt Start drücken und A. Und schon seid ihr drauf. Diese beiden Setup gibt's. Das zweite ist relativ neu. Und so kommt ihr über die Brücke ohne Epona und ohne Langhack. Vielen Dank.